Schaffen wir heute 600 Euro Partyumsatz, dann darf sich die Gastgeberin für ihre 45 Sterne, die sie bis dahin hat, den Mando-Chef aussuchen. Ich liebe wirklich das Teil. Ich kaufe nicht mehr fertige Pommes. Wir machen die immer selber. Die schmecken viel, viel besser. Meine Kinder kennen fast gar nicht andere Pommes, außer wir gehen mal irgendwo außerhalb essen. Und ich finde es einfach so toll. Es hat auch zwei Aufsätze. Einmal den glatten und hier ist noch der geriffelte. So, da könnt ihr es sehen. Das heißt, ihr könnt auch geriffelte, ihr könnt aber auch, also nicht nur Stifte, ihr könnt da auch Rauten, Würfel mitmachen oder auch Scheiben. Also ich mache da auch super gerne Gurkensalat mit, denn Gurkensalat muss richtig dünn sein und damit kriegt ihr das auf jeden Fall hin. Ist natürlich auch im Katalog erhältlich, wer Interesse daran hat. Und das funktioniert eigentlich ganz einfach. Ihr macht das Gemüse hier fest. Einfach hier feststecken und dann schiebt ihr das einfach hier hin und her. Und rucki-zucki innerhalb von zwei Minuten hat man eine ganze Schüssel Kartoffeln zum Beispiel dann als Pommes geschnitten. Ich finde es auch ganz toll. Ihr seht, da ist extra so ein Sicherheitsverschluss. Da kann man sich nicht so dran schneiden, wenn das in der Schublade oder im Schrank liegt. Und dann müsst ihr da schon dran drehen. So, ihr seht jetzt, hier ist es. Kommt nicht auf die Idee einfach so mit der Hand, wirklich benutzt wirklich diesen Aufsatz, denn das ist wirklich super, super, super scharf. Und wenn wir das mal aufmachen, seht ihr auch hier, dass da die Klingen sind. Da müsst ihr natürlich mit aufpassen. Die sind wirklich total scharf, aber ich liebe dieses Teil und ich möchte das wirklich nicht mehr missen. Das ist wirklich bei uns, ja, mindestens einmal in die Woche im Einsatz, wenn nicht noch mehr. Und, ja, ich kann es euch wirklich nahelegen und, ja, vielleicht erreichen wir ja heute das Ziel, dann darf sich die Gastgeberin darüber freuen.